Ich glaube, der Kostümball ist nicht für mich. Ein süßer kleiner Kerl. Bist du verliebt? Ich sicher nicht. Was wirst du mir vorstellen? Ich möchte lieber, dass sie mir etwas vorspielen. Ich dir? Das kann ich nicht annehmen. Du bist die Liebe von meinem Leben. Vitus, ich bin eine Frau und du bist zwölf. Wenn du dich nicht entscheiden kannst, dann mach ich manchmal etwas von dir, die du gerne hast, über den Bacherl. Ich kann ihre Enttäuschung nicht ganz nachvollziehen. Sie haben immerhin ein gesundes, normales Kind. Vielen Eltern muss ich weniger Erfreuliches mitteilen. Es, tut dir das nicht in den Ohren weh? Von mir erfährt niemand etwas. Ich bin stumm wie ein Steiner. Versprochen. Was soll es gehen? Nein, der Börsenkurs. Du musst nur da unterschieben. Das Geld haben Sie ja schon auf dem Konto. Okay. Das Geld ist offen. Das Geld ist ein Slack. Es war, OrganFree-Date, aber es war mehr Ron und seinen 10ige Palir Axel と. Untertitelung des ZDF, 2020